Kaspar, oh mein Gott, ey, ich hab das nicht eigentlich gefunden, wir sind auf einer Insel gestrandet, ja, guck dir das mal an, da vorne sind auch so Steine und so, alter Schwede, lass uns hier einfach hinkommen, ich hab Hunger, okay, ja, wir müssen hier unbedingt weg, so schnell wir können, guck mal hier, wir haben hier so komische Holzsachen, wo wir so drauf springen können, oh Gott, pass auf dieses Holzbrett, Kaspar, drück hinter dir, oh, oh nein, ich drück ein bisschen aufs Gas, du, du wolltest runtergehauen, oder nicht, ja, oh, ey, ich dachte gerade, irgendwer ist schon weg, ne, Leute, lasst uns auf jeden Fall gerne, like da, dass Kaspar wieder da ist, und dass ihr wollt, dass wir das vielleicht entkommen, das wäre auf jeden Fall super, komm Kaspar, hier, lass uns schnell irgendwie entkommen, hier sind auch Bananen, guck mal, die sind ausgelaufen, hier richtig geschmolzen auf der Insel, pass auf, mich, dass du das berührst, das ist bestimmt schon vergammelt, ja, das berühr ich auf gar keinen Fall, ne, ich glaub nämlich einfach, dass hier, also es ist so heiß auch gerade, muss ich sagen, wir haben einfach noch ein Blomber, was ist denn hier, guck mal, hier ist auch noch ein, also ist das das Bermuda-Dreieck, ist das Bermuda-Dreieck in Roblox, gefühlt ja schon, ne, ja, guck mal, wenn hier so ein Schiff ist, so, vorsichtig hier, rüber springt bloß in das rote Brüchen, okay, alter, wo sind wir denn gerade hier, guck dir das mal an, was ist denn hier links unten, hä, wer ist das, hier ist eine Figur, ne, hallo, den kenne ich aus dem amerikanischen Fernsehen, hä, wer ist das, ich kenne den nicht, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber ich kenne den auf jeden Fall, hä, ich kenne den, ich kenne den selber nicht, okay, oh, oh nein, Mitte ist schon mal nicht richtig, dann sage ich links, Kaspar, links, ja, oh, du hast Glück, du hast Glück, okay, ich komm mit, du wärst rechts gegangen, okay, ich wär eigentlich rechts gegangen, entscheid du mal jetzt, wo wir lang, müssen, ich bin mal gespannt, was du nimmst, ich sag Mitte, oh, nein, ich sag rechts diesmal, hä, hä, und ich bin schon wieder, ich hatte schon wieder recht, Alter, du bist einfach ein Hellseher, ist halt echt so, ich sollte am besten öfter auf Insel, äh, so gefangen sein, hallo, war es jetzt rechts oder Mitte, ähm, du musst rechts jetzt gehen, rechts, okay, okay, und, äh, oh, sie geht vor, geht sie vor, ist Mitte richtig, komm, trau dich, trau dich, trau dich, Alter Schwede, und jetzt, letzte Entscheidung, äh, links, nein, rechts, oh, nein, es ist Mitte, Mitte war es hier, ne, ja, Mitte und Mitte, und Mitte und Mitte, perfekt, jawohl, wir sind schon mal den Brettern quasi so entkommen, kann man quasi sagen, was sagt er hier, so weit, so gut, hier ist jetzt was mit Wasser, oh, guck dir das mal an, wir müssen hier über diese, oh, vorsichtig, ganz vorsichtig, oh, das, oh, oh Gott, dann bist du fast untergefallen, oh Gott, ich bin, ich bin fast untergefallen, ja, das war echt mega knapp, also ganz schön rutschig hier die Bretter gewesen, ja, ja, und guck dir mal dieses Rote da an, Alter, das dürfen wir auf gar keinen Fall berühren, ist das Feuer, oder was ist das? Ich weiß auch nicht, was ist das, aber, komm, am liebsten, ah, will ich das gar nicht jetzt ausprobieren, ich komme, oh, yeah, sehr schön, okay, und jetzt, oh, vorsichtig, ist hier eine Wasserschlange, oder wo muss man die drauf balancieren? Wir müssen, oh, nein, der ist runtergefallen, Leute, so, ich glaube, wir waren noch vorsichtig hier lang, ich nehme ein bisschen mehr Zeit als du, weil sonst fall ich locker auch runter, ja, so wie du, Kanzler, ich kürze mal ein bisschen ab, ja, ich kürze mal ein bisschen ab, ja, ich kürze mal ein bisschen Zeit, alles entspannt, ja, schön vorsichtig, ja, Roxo, ja, Kaspar, ja, sehr gut, okay, jetzt müssen wir, oh, vorsichtig über die ganzen Kisten hier rüber, ne, ich will nicht, ich glaub, du hast irgendwas cooles drin, oder so, ich hab auch gerade überlegt, ne, vielleicht ist da auch Geld, oder so drin, was wir jetzt hier nehmen können, was willst du denn mit Geld auf einer Insel, ja, wenn wir entkommen, dann bringt uns das wenigstens ein bisschen was, ja, wie entkommen, ich will eher was essen, ja, okay, hast schon recht, vielleicht finden wir hier in diesem, ah, nein, in diesem Waldpark, äh, Kokoslüsse, oder so, Roxo, wir sind im südlichen Teil der Insel, und hier sind Dornen, pass auf, das sind sogar Giftdornen, glaub ich, Giftdornen, alter, Schwede, das ist ja richtig, richtig verrückt hier, okay, dann lass uns heute lieber da rüberspringen, oh, wenn du die berührst, dann war's das mit dir, dann bist du verbunden, ich möchte auf jeden Fall hier die Insel überleben, Freunde, oh, hast du das gesehen hier unten, die ist grad runtergefallen, ne, ne Schlange, Alter, 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 die hab ich gar nicht gesehen, okay, okay, komm, schnell, lauf, 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 Oh, hallo. Und hier ein Aufzug oder sowas. Ausdrein, Kaspar. Wie machst du das? Hau rein. Du schwebst bei mir. Ich war ohne dich. Ich hab's. Ja. Du, endlich, Brox. Ey, Mann, das war mal auf den Angebrustel. Ja, nach 3.000 Jahren. Du schwebst auch. Ich war zu schwer. Du warst echt zu schwer. Dann. Ja. Was hast du denn da gerade gemacht? Ich bin ins Wasser gemeint. Ich hab's gesehen. Okay, Kaspar, warte mal. Hier, siehst du mich? Mach's gut. Ah, nein. Ich bin auch reingefallen. Oh, zack. Oh, hier muss man vorsichtig sein. Hier sind noch Quietsche-Enden und so, ne? Alter, der nächste. Nein, nein. Nein, ich drehe eine Ehrenrunde. Ich hab nicht gesehen, dass man auf den Checkpoint davor hin muss. Komm, schnell auf meine Plattform. Hier ist noch Platz. Ich seh deine gar nicht. Bei mir bist du in der Luft. Bei mir bist du auch in der Luft. Oh, ja, moin. So, hier ist der Checkpoint. Nein. Weil du mich ablenkst. Ja. So, und raus hier. Ja, perfekt. Sehr schön. Vorsichtig. Jetzt hier noch die Holzbretter runter. Oh, okay. Und jetzt hier. Zack, oben. Wie heißt nochmal hier diese Pflanze? Wie heißt das nochmal? Das ist Schilf. Schilf, ja. Schilf ist das. Guck mal, warum hab ich das vergessen? Okay, vorsichtig. Das sehe ich auch nicht. Hier. Hier ein bisschen weiter. Und? Und spreng. Sehr gut. Ja, perfekt, Kasper. Was ist das da unten? Walross. Oh, stimmt. Was ist das denn? Und hier, guck mal. Nein. Mr. Walross. Perfekt. Ich hab jetzt hier die. Das heißt doch nicht Lillipads. Natürlich, was denn sonst? Seerosen oder was? Ja, gut, Seerosen geht auch. Aber Lillipads ist doch auch ein Begriff. Hä, was sind denn nochmal Lillipads? Das auch? Auf Englisch? Das sind's laufig. So, schnell hier, vorsichtig. Ich hab echt Hunger, muss ich sagen. Oh, jetzt hier vorsichtig. Und? Kasper, ich seh dich. Komm, lauf in einem Sprint. Ja, das schaff ich nicht. Wie verrückt, das hätte ich im Leben nicht geschafft. So, hier, ich warte auf dich. Oh Gott, Kasper, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, perfekt. Echt, sehr gut, komm. Oh, guck mal, hier ist sogar jetzt noch eine Brücke. Guck mal, da links das Gesicht. Alter, guck dir das Gesicht echt an und warte mal. Siehst du das da oben links? Ne, Helikopter. Ja, das ist unsere Rettung. Das ist das, Ne, Helikopter, schnell jetzt. Okay, äh. Weg hier, müssen wir sie aufteilen. Ah, wir müssen da lang, glaube ich. Ja, hast recht. Oder, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir können da nicht rein, weil das Tor ist noch verschlossen, ne? Das ist halt so rot. Achso, wir müssen die das aktivieren. Ja? Ah. Guck mal, jetzt ist das aktiviert da oben. Und ich muss das jetzt hier oben aktivieren, oder was? Ja, stimmt. Glaub, oh, stimmt. Hier ist auch noch was Grünes. Guck mal, warte, pass auf. Aktivier das mal. Und zack, und ey, es ist nur eine aktiviert. Achso, wir müssen das einzeln machen, oder? Oh, okay, okay, okay. Ich hole mir noch ganz schnell da hin. Zack, ich hole auch noch mal ganz kurz da hin, grünen Knopf. Und dann sollten wir eigentlich das Tor geöffnet haben. Und ist auf. Es geht auf. Ja, es ist aufgegangen. Sehr gut. So, und ja. Okay, und ab geht's hier ins Schwarze. Ab geht's ins Schloss rein. Und hier ist der letzte Checkpoint. Oder? Nee, doch, geschickt ja. Das ist der Tempel. Wie ist jetzt der Tempel? Wir müssen durch den Tempel durch. Jo. Äh, okay, okay. Die Sperre der Janomami, Indiana. Pass auf. Komm, Kasper, komm, schnell, komm, schnell. Jetzt. Okay. Und jetzt. Au. Oh, was hast du gemacht, hä? Ich bin gegen den Laufen. Und zack. Oh. Zack. Das ist die geheime Falle der Janomami, Indiana. Zack. Ich hab's auch geschafft. Sehr gut. Sehr schön. Oh, was ist das? Denkst du, das ist ein schwarzes Loch? Fünf Euro. Ich geb dir fünf. Oh. Okay, also, Alter, Schwede, das war knapp. Ich wollte gerade sagen, dass du da reingehst. Komm, schnell, lauf, lauf. Oh, Gott. Kasper, Kasper, komm, schnell. Oh, ey, die ist zurück. Komm, die Kugel. Nein, 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 Kasper, nicht, Kasper, nicht. Oh, ich hab's. Oh, Gott. Da kommt ihr in den Nächsten. Oh, Kasper, oh, Kasper, oh, Kasper. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Okay, das kann jetzt gefährlich sein, Kasper. Oh, Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's schon weit vorne. Okay, ich komm jetzt auch, ich komm jetzt auch, ich komm jetzt auch, ich komm jetzt auch. Oh, ich komm jetzt auch, Kasper. Ich komm jetzt auch. Oh, 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 mein Gott. So. Oh, mein Gott, das muss ich sagen. Okay, wir sind jetzt hier schon mal weiter im Tempel durch. Und nächster, Checkpoint. Oh, ey. Ey. Alter, ich glaube, wir müssen auf die Seerosen. Nein, wir müssen einfach schnell laufen, Männer, es ist kein Wasser da. Schnell, 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 schnell. Und jetzt hier raus. Das muss man ja auch erst mal verstehen. Okay, tja. Der muss noch ein bisschen eine höhere Niko haben. Ach, komm, ey. So, schnell, 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 schnell. Und ich hab den nächsten Checkpoint. Oh, Gott. Kasper, ich fahr'n. Und jetzt hier und. Oh, ich hab's auch. Hier ist alles voller Lava. Oh, es sieht aus wie bei Mario, Alter. Und ich zieh' durch. Hey, lauf, 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 lauf. Und hier noch schnell laufen. Pass auf, pass auf. Wo bist du? Bist du da? Kasper, guck mal hier. Ich kletter so ein Metallgerüst einfach hoch. Guck mal, wie hoch ich schon bin. Hey, ich berühr die Lava die ganze Zeit. Nein. Kasper, nicht von der Lava sterben. Guck mal hier. Ich seh' dich. Ich schaff's jetzt, ich schaff's jetzt. Hier, vorsichtig, die Lava. Und ja. Sehr gut. Ich bin im nächsten Raum. Und? Hey. Ich hab's auch. Hey. Okay, wir müssen jetzt hier schnell hochklettern, ja? Ich glaub, die Lava steigt gleich, oder? Oh, das könnte gut sein, ja? Das könnte echt gut sein. Deswegen, dass wir lieber ganz schnell hochlaufen, Kasper. Ja. Bloß nicht runterfallen. Oh Gott, ich bin so schlecht. So, vorsichtig. Und, hey, hier geht's doch nicht grad nach draußen, oder? Okay. Ist da der Helikopter? Ja. Kasper, komm schnell. Komm schnell, komm schnell. Hier ist der Helikopter. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, jetzt komm, 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 komm. Oh, wo ist er? Hier ist der Helikopter. Ja. Rein hier. Nächster Checkpoint. Und jetzt schnell hier. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Und hoch hier. Und? Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der neuen Insel und können jetzt hier mit dem Helikopter wegfliegen. So will ich das nämlich sehen. Hey, guck mal hier. Das war alles, das war alles nur eine Show. Guck mal, hier sind Kameras. Ach so. Das war alles nur eine Show. Ey, was eine Frechheit. Das solltet ihr so wie bei von der Roblox-Ambi gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, wie bei der Roblox-Ambi gewesen sein, wenn es dir gefallen hat, wie bei der Roblox-Ambi gewesen sein, wenn es dir gefallen hat, den Like-Bas-Ambi auf den